Ja, und ich bin's wieder. Okay, Sunai Haram. Hier mit meinem Let's Play von... Jetzt hab ich echt den Namen vergessen. What? Chante Risky's Revenge. Come on. Das ist doch... Wow. Könnt ihr sterben? Scheinbar ja nicht. Also auf jeden Fall kann ich euch nicht peitschen. Naja, aber es... Irgendwie war das jetzt auch easy. Yep. Sehr schön. Bra... Braver Oktopus. So, was ist hier? Cash. Noch mehr Cash. Möwen. Marmelade! Ist das... Der Bürgermeister? Oh, die Genie. I suppose you're so angry with me. Aber ja, du bist ein rassistisches kleines Arschloch? Ja. Ja. Hm. What a script. Now that the Risky Boots is plotting revenge, Secret Land Planus is afraid to send vagans. Without our fishing trade, Skuttletown is all washed up. I was hoping not to resort to this, but here. Okay. What's this? Okay. The deed to Skuttletown? A wealthy man from beyond the wasteland has been pressuring me to sell the town. I resisted, of course. But now his offer is the only hope for our people. So after much thought, I've decided to turn the reins over to him. Life will never be the same, but at least Skuttletown will be provided for. There has to be some other way. If only there was. But I fear that making a tiny profit on the town moments before it's obliterated is the only solution. Please honor my request as a final act of service. Find the ammo baron and give him the deed. Achso, von ihm kriege ich halt so quasi den neuen... Den neuen, äh... Dungeon Auftrag. Ah. Alles klar. Hm. Wo soll ich denn jetzt als nächstes hin? An Dings komme ich ja immer noch nicht vorbei. Ähm... Dann also... Hier hin? Pumpkin Patch? Oder wo ist der? Ah, ich gehe erstmal da hin. Ja. Eigentlich möchte ich auch gerne saven. Habe ich mich jetzt ernsthaft in den falschen Ort teleportiert? I hate me! Wieso bin ich so dumm? Habe ich jetzt echt nicht aufgepasst? Ich wollte zu Dings. Aber gut. Dann erstmal dahin, um in die Stadt zu kommen. Nochmal. Nochmal. Hier müsste aber auch nochmal stehen, was... Was ich damit machen soll. The deed to Scudletown. Na, okay. Steht nicht, äh... Was ich machen soll. Hm. Okay, ist nichts. Ah! Ja, gut. Okay, das hält. Das hält noch lange. Und das verbrennt. Es macht Burn Damage. Nice. Ah, jetzt habe ich es gesehen. Es hält, ähm... Es füllt sich tatsächlich auf. Jetzt muss ich mich mal echt dringend, dringend heilen. The fuck. Nee, das ist Sky. Obwohl, mit Sky könnte ich auch nochmal irgendwie quatschen. Nee, das ist der Item Shop. Äh, ich bin das doch so dumm. Woher kannst du die Import Room? Ach so. Du siehst mehr so aus, als ob... Äh, wie diese Badethuse vom letzten Teil. Also, come on. Du, 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 du. Hier ist der Safe-Opa. Und hier... Ach, Ockel. Ich war doch schon. Hat niemand von euch irgendwie Heilkräfte? Und da ist aber noch der... Nichts-Merschen-Golem. Hau mich nicht kaputt. Hi, Sky. Rans spotted the tent while flying over the desert. Maybe you should check it out. Aha. Ich müsste nur da hinkommen. Kann ich aber ja auch. Theoretisch. Bla. Safe-Opa! Ja. Bevor ich noch sterbe. Und alles nochmal machen muss. Ja. 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 Nice! Das macht tatsächlich Schaden. Wäre auch blöd, wenn nicht. Bam! Na, ihr Schlangenfrauen. Wow! Nicht auf mich zuschlängeln! So, und hier ist zwar der Oktopus, aber weiterkomme ich ja nicht, nein. Schade. Du Arschloch! Lass das! Drop mein lieber Herzen! Du! Danke! Boah! Seid nicht alle so böse! Na, treffe ich auch mal? Also, der hat getroffen. Das auch. Hui! Hier war ich ja schon. Na? Herz! Hauptsache Herz. Scheißegal. Hauptsache Herz. Ah, ja. Hm. Ah, Moment. Habe ich nicht irgendetwas, was helfen kann? Oh, wie süß! Das ist ja eine süße Wolke. Und wie lange der vor allem hält. Wow. Egal. Absache, ich bin vorbei an dem Arschloch. Bam! Stop it! Noch so eine. Noch welche. Bam! Jawoll! Ha ha ha! Der trifft nicht, was? Komm, Wolke. Lass mich nicht im Stich. Oh ho 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 ho. Okay, das macht Schaden. Brave, Wolke. Das hast du gut gemacht. Save, Opa! Ja, ich hab's vorbei geschafft. Geil, ne? Baron Desert. Da bin ich jetzt also, wa? Hm. Ich bin ja mal gespannt. Au! Was war... Was für ein Ekel. Slymer? What are you doing here? Okay, erstmal hier reinklettern. Ey! Ich hab nicht gesagt, dass du wieder zurück sollst. Ach, du blöde Spinne. Stop it! Stop existing! Na, bitte. Okay, an den komm ich... Da komm ich... Ich... Alter! Ihr seht zwar mega süß aus, aber was ihr so beißen müsstest, dann doch etwas... Näh. Ja, ja, die schnappen. I get it. Bam. Bam. Aber ich hab die jetzt auch original nicht gesehen. just the fuck. Ach. War das jetzt quasi so ein Durchgang, weil ich hier sonst nicht... vorbeigekommen wäre. Okay, ich nehm's jetzt einfach mal... Was bist du denn? Was bist du denn? Ich trau mich nicht weiter zu springen. Nachher... Nehme ich wieder Schaden. Obwohl... Was mach ich mir eigentlich Gedanken? Ich hab doch hier meine Wolke. Die Wolke geht nicht weiter. Was? Und sie hält was aus. Nett. Ah, noch so'n Schnapper. Ein blauer Schnapper. Hm. Ey! That isn't fair. Aua. Ich glaub, hier muss ich wohl ein bisschen meine Magie wechseln. Ah. Ah. Sie ist an einem Feuerschaden gestorben. Alles klar. Noch mehr Schnapper. Blaue Schnapper. Desert Pass. Okay. So bin ich. Ich bin im Nirgendwo. Duscher wieder! Oh. Mad Cash! All right! Ich mach her! Nein! Heute nicht! Und hier sei ich wieder! Äh... Was soll ich hier? Nee, ernsthaft, was soll ich jetzt hier? I don't get it! Nicht... Hm, sehr merkwürdig! Kann man doch nicht erzählen, dass das einfach nur da ist, um zu existieren? Lol! Nein! Heute nicht! Geld! Hm... Da war aber noch ein Weg! Wo fühlt ihr mich hin? Nein! Ihr schnappt nicht! Aha! Ah! So viele Wege! Wieso mach ich es mir eigentlich so schwer? So bin ich schneller! Ah! Cool! So was liebe ich dann wieder! Gibt es noch so welche? Die sind... Wie ich das jetzt gesehen habe, die sind so schön markiert! Wo es Durchgang gibt und wo nicht, meine ich... Muss ich... Gucke ich mir den hier nochmal an? Hm... Geht eh nicht weiter! Mäh! Dann... Äh... Ich nehme mir den Mut, du bist raus! Hör auf zu schnappen! Alter! Gibt es viele Wege! Hm... Oh! Geld! Geld! Geld, Geld, Geld! Geld! Geld, Geld! Das hab ich gar nicht gesehen! Okay! Du... Wo bin ich jetzt? Gelandet? Ah! Okay! Ich glaube ich verstehe! Oh! Dann gucke ich mir aber auch die anderen Bereiche an. Come on! Jetzt verstehe ich die Struktur des Ganzen. Bäh! Hör auf, rumzuslimen, Slimer! Das Problem werden sich Leute nicht ducken. Aber wirklich, dann, Schätzchen, beim nächsten Mal ducken. Ah! Na gut, wie du willst. Bamm. Now you will die. Die schießt mehrmals hintereinander! Ah, die ist voll der Gangster. Die schießt mehrmals. Aufzuschnappen. An. Geld. Und der Feuerschaden macht den Rest. Nice! Ups! Ups! Fast hätte ich ihn einfach weiterlaufen lassen. Den Tanz, meine ich. Ich könnte sie einfach schießen lassen. Ich glaube, das mache ich auch. Arme Frau. Die wollte doch einfach nur Bogenschützin werden. Aber jetzt ist sie tot. Sie wird niemals so ein schönes Leben wiederführen können. Sie tut mir leid. Ein kleines bisschen. Aber nur. So. Hui! Lass das mit dem Schnappen. Schnapper. Ich mag es nicht, wenn... Wenn sie meinen müssen, zu schnappen. Oh. Ja, Arme. Aha! Das wollte ich doch. Ja. So. Komme ich hier auch hoch? Jetzt, wo ich das hier aktiviert habe. Okay. Hier geht es dann also nicht weiter. Hm. Aber gut. Dann muss ich noch den anderen Weg hier mir angucken. Oh. Es ist gerade so schön mit dem Explorant und sowas. Das mag ich. Oh. Während sie schießt, kann sie umdrehen. Wow. Gangsterfrau. Gangsterbogenschützin. So. Oh nein. Nicht du schon wieder. So viele Schnapper! Sag mir jetzt nicht, ich habe hier Dings. Ich komme jetzt wirklich nicht mehr hoch. Oh, come on. Möff. Dann aber. Moment. Ich kann das nicht auf mir sitzen lassen. Dann eben nochmal ganz nach oben. Möff. Aua. Ich denke, ich nöge ja jetzt einfach mal alles. Oh. Dann Dings. Machen wir es uns ganz einfach. wenn ich schon nicht zurück kann dann so noch mal ganz zurück macht mir nichts aus den habe ich vergessen nee ernsthaft ich hab die nicht vergessen nein stop it ich will doch nur durch jetzt kannst du mich mal das ist nicht nett ach man kommt doch mal herzen so könnte ich meine herzen trocken vergesse es ja na gut dann soll es halt eben jetzt für heute gewesen sein ich habe das gefühl ich habe gar nichts geschafft menno aber wir merken uns schon mal vor wo wir erstmal hin müssen bevor wir den zum nächsten baron gehen erst mal strecken und meine hand ist eingeschlafen positiv und negativ wer hat schon immer gern gesehen meine hand ist eingeschlafen jetzt beruhigt sie sich wieder das war es von meinerseits zu sehen uns das nächste mal wieder sehr geil jetzt ist sie wieder wach kick dich an geht's geht's